Ist die Comdirect die richtige Depotbank für dich? Ja, wenn du mit diesem Gedanken spielst und dir überlegst, ein Depot bei der Comdirect zu eröffnen, weil du Aktien besparen möchtest oder ETFs besparen möchtest oder einfach nur normale Trades aufgeben möchtest, ja, dann bist du bei diesem Video hier richtig. Ich werde dir in diesem Video alle wichtigen Informationen zum Depot bei der Comdirect geben. Ich bin mittlerweile seit über zwei Jahren bei dieser Depotbank und ich bin sehr zufrieden. Es ist auch die Depotbank, wo ich mein Hauptdepot liegen habe. Aber mehr dazu gleich im Video und los geht's! Und somit ein herzliches Willkommen hier zu diesem Video. Mein Name ist Tom und es freut mich sehr, dass du hier eingeschaltet hast. Ja, bevor wir jetzt gleich in die Materie rein starten, möchte ich dir ganz kurz noch vorweg zwei Sachen sagen, die mir am Herzen liegen und zwar erstens, ich selbst nutze dieses Depot bei der Comdirect. Wie ihr wisst, empfehle ich sowieso nur Sachen, die ich selbst benutze hier auf meinem Kanal und wo ich auch Erfahrung damit habe. Nichtsdestotrotz kann es deshalb passieren, dass ich die ganze Sache hier mit einer rosaroten Brille sehe und vielleicht die ein oder andere Sache nicht so objektiv ist, denn ich bin sehr zufrieden mit dem Depot seit über zwei Jahren und deshalb kann es sein, dass ein paar Sachen hier eher subjektiv meine Meinung ist und weniger objektiv von Fakten basiert ist. Und zweitens muss ich einfach dazu sagen, dass das Video, das nehme ich heute hier am 2. Mai auf, hier in 2020. Wenn du das Video später siehst, kann es natürlich sein, dass sich das ein oder andere geändert hat, dass es andere Angebote gibt von der Comdirect, dass die Preise sich geändert haben und so weiter, dass andere Aktien sparplanfähig sind und so weiter und so weiter. Also einfach, dass du das weißt, das ist eine Bestandsaufnahme heutiger Tag und ja, das war es auch schon und dann geht es los. So, bevor ich euch die Vorteile und meiner Meinung nach auch die Nachteile und so weiter der Comdirect genau sage, möchte ich eines vorweg ein bisschen zeigen und zwar, was ich alles bei der Comdirect habe und welche Aktien ETFs und so weiter ich dort bespare. Genau, deshalb kommen wir gleich hier zu meiner Sparplanübersicht und ihr seht hier schön, ich habe drei Depots insgesamt, habe zwei bei der Comdirect und eine bei der Consorsbank. Und ihr seht hier schön in gelb, was natürlich auch der Übersichts wegen ist, in gelb sind alle Aktien und ETFs, die ich bei der Comdirect bespare und zwar auf meinem Hauptdepot. Ich habe noch ein zweites Depot bei der Comdirect, dort habe ich meinen Geldmagneten liegen und dann habe ich noch ein drittes Depot bei der Consorsbank und das seht ihr hier in blau. Also einfach, damit man das sieht. Hier seht ihr mein erstes Depot und mein Hauptdepot, also mein größtes Depot. Hauptdepot ist immer so eine Sache, denn ich nutze ja auch das bei der Consorsbank und das gefällt mir auch gut. Ihr seht hier mein Hauptdepot, dort sind Einzelaktien, ETFs und dort fahre ich die Dividendenstrategie, wie ihr aus meinen anderen Videos sicher schon kennt. Und ja, wie ihr seht, sind wir hier 2% im Minus. Natürlich, wir haben jetzt die Corona-Krise aktuell nur noch 2% im Minus, das war schon schlimmer, aber man sieht jetzt aktuell auch schon wieder eine Erholung. Schauen wir mal, wo das hinführt. Natürlich mache ich meine Sparpläne, die ich euch gerade gezeigt habe, weiter, denn ich bin ja ein Langzeit-Investor und somit passt das. Ich möchte hier auch nicht mehr auf das Depot hier reingehen, denn das wollte ich nur mal ganz kurz zur Veranschaulichung zeigen. Und dann habe ich auch noch das zweite Depot hier bei der Comdirect mit einem eigenen Verrechnungskonto und dort habe ich meinen Geldmagneten. Dort fließt alles Geld meines Geldmagneten hin. Wenn du noch nicht weißt, was der Geldmagnet ist, ich verlinke es dir hier. Und genau, dort habe ich ein Verrechnungskonto und eben auch noch das zweite Depot. Wir sind hier schon wieder ein wenig im Plus. Das passt natürlich, aber eben Langzeit gesehen ist das alles hier aktuell für mich nicht so relevant. Und was habe ich noch bei der Comdirect? Ich habe natürlich das Tageskonto, das Girokonto und die Kreditkarte. Alles gratis hier dabei bei meinem Angebot. Genau, kommen wir nun zu den Fakten. Vor allem gehen wir jetzt ein wenig auf das Depot ein. Und zwar seht ihr hier schön in der Überschrift, auch als Werbung hier 3,90 Euro pro Trade. Und auch schön das 1 dahinter. Auf das 1 gehen wir hier natürlich nochmal darauf ein. Und ihr seht hier halt einfach die Vorteile bzw. die aktuellen Konditionen, die wir hier haben. Und zwar haben wir kostenlose Depotführung garantiert für volle drei Jahre, wenn du jetzt das Depot aufmachst. Fairer Preis, also wenn du jetzt Neueinsteiger bist, dann hast du 3,90 Euro pro Trade für zwölf Monate. Dann das mobile Trading mit der kostenlosen Comdirect Trading App. Also die Comdirect App finde ich sehr, sehr super. Die gefällt mir sehr gut und ist sehr, sehr praktisch. Welche Sicherheit hat man hier vielleicht vorweg, bevor wir weiter hier gehen? Man macht das Foto-Done-Verfahren, man kann es Push-Benachrichtigungen. Das hat man alles auf seinem Smartphone. Und man kann auch keinen Trade oder sonst etwas aufgeben, wenn man nicht mit dem Foto-Done etwas bestätigt. Auch nichts verändern. Genau. Dann eben, es gibt diese Real-Time-Kurse. Also das zeige ich euch nachher nochmal. Ist sehr, sehr praktisch. Hier kann man auch Aktienanalysen machen, Aktien finden. Es gibt einen Aktienfinder, nicht zu verwechseln mit dem Aktienfinder von Thorsten Tiet, den ich euch auch unten verlinke. Man kann ETFs suchen und so weiter. Also wenn man die Comdirect hier hat, bräuchte man eigentlich auch kein anderes Tool mehr. Und man ist quasi immer up-to-date und alles läuft so weit. Gehen wir hier mal weiter. Service und Tools. Genau. Man kann hier natürlich alles, die App und so weiter, sich alles runterladen. Inlandsordors machen. Und eben hier die Tabellen und alles runterladen. Das könnt ihr euch tun, wenn ihr euch wirklich hier weiterhin für das Depot interessiert. Was ist noch interessant? Der Wertpapierkredit. Das ist natürlich interessant für Leute, die auch natürlich mit Krediten ein bisschen spielen möchten. Und zwar bekommt man einen Kredit, wenn man ein Depot hinterlegt hat und Wertpapiere dort hat. Und somit kann man quasi seine eigenen Wertpapiere beleihen. Man bezahlt dann einen fixen Zinssatz. Das steht natürlich auch in den Konditionen. Und kann natürlich dieses Geld dann vielleicht wieder verwenden, um irgendwo anders rein zu investieren. Das ist natürlich immer eine heikle Sache, denn ihr wisst, also ich investiere nichts, wo ich Hebel habe oder sonst etwas, wo ich mehr verlieren kann, als ich eingesetzt habe. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Dann eben, ihr seht ja schon diese drei Jahre. Und natürlich, ich bin jetzt, ich bin im dritten Jahr, bei mir ist immer noch alles kostenlos, wenn man eben irgendetwas von diesen Sachen hier dann weiterhin hat. Also zwei Trades im Quartal, wenn man ein Girokonto dabei hat, das habe ich zum Beispiel dabei. Und mit regelmäßigem Wertpapiersparplan, mindestens einmal pro Quartal. Wenn du jetzt wirklich einen Sparplan auflegst und den monatlich besparst, ich habe viele Sparpläne, von dem her gesehen, habe ich das Depot hier sowieso gratis. Kommen wir zu den Kosten. Das ist natürlich für uns wichtig hier zu wissen. Ihr seht hier, es gibt dieses Grundentgelt von 3,90 Euro. Also diese Sachen sind alle Kosten. Limitänderung, Orderänderung und so weiter ist kostenlos. Das ist ja gut so und soll auch so sein, denn das machen wir ja sowieso selbst alles online. Und dann seht ihr eben schon, das natürlich ist hier für das erste Jahr. Und nach Ablauf des ersten Jahres seht ihr hier die Kosten, die man hier hat. Und zwar hat man dann 4,90 Euro Grundentgelt. Und wenn du 125 Trades pro vorhalb Jahr machst, also das sind Sparpläne nicht dabei, was ich weiß, bekommst du dann viel Trader-Rabatt. Also wenn du wirklich jemand bist, der viel, viel kauft, wird das natürlich auch billiger. Aber da muss ich gleich dazu sagen, wenn du nicht Sparpläne machst und wirklich viele Einzelkäufe machst, dann gibt es andere Broker, die da natürlich besser sind. Zum Beispiel gibt es Trade Republic, wo du wirklich einen Euro pro Trade zahlst. Und das ist schon mal ein großer Vorteil. Es gibt noch andere, größere Broker, die natürlich da auch billiger sind. Trade Republic kann ich dir auch unten verlinken. Wenn du aber Sparpläne machst, dann finde ich die, die kommen direkt hier perfekt. Und vor allem auch für Einsteiger, weil alles sehr übersichtlich ist und du alles hier findest. So, gehen wir weiter. Und dann gibt es noch eben 0,25% vom Order-Volumen. Was bedeutet das? Wenn du 1.000 Euro kaufst, dann können wir einfach mal mit dem Rechner hier rauf machen. Und wir sagen jetzt, du kaufst für 1.000 Euro, dann haben wir geteilt durch 100, dann haben wir 1%. Das wären 10 Euro mal 0,25. Das wären dann 2,50 Euro. Genau, was einfach zu rechnen ist. Plus, dann wären noch die 4,90. Dann wären wir auf 7,40 Euro. Aber es steht, das Mindestendgelt ist 9,90 Euro. Also wenn du unter die 9,90 Euro bekommst, dann bezahlst du sowieso die 9,90 Euro. Und maximales Endgelt ist 59,90 Euro. Das muss man hier wissen, wenn man hier größere Summen vorhat zu investieren, dass man das eben weiß. Dann wäre natürlich interessant, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt 50.000 Euro, möchte ich loslegen. Dann wäre es vielleicht interessant, wenn man das irgendwie in den ersten zwölf Monaten hier machen würde. Damit es natürlich billiger ist. Genau, dann haben wir da gleiche bürstliche Wertpapierung, Ausführung, kostenlos. Das ist alles kostenlos. Genau, wenn euch das noch genauer interessiert, könnt ihr hier natürlich die Produktbroschüre, Preis- und Leistungsverzeichnung und so weiter alles hier einsehen. Was ist bei den Sparplänen interessant? Und das ist jetzt natürlich für uns interessant. Die Depoführung ist kostenlos, das haben wir schon gesehen. Sparplanausführungen, Fonds, bis zu 100% Discount auf den regulären Ausgabeaufschlag. Und Sparplanausführungen, Aktien, ETFs, Indexfonds und Zertifikate. Da haben sie keinen Ausgabeaufschlag, sondern 1,5% pro Ordo-Volumen. Was bedeutet das jetzt wieder im Umkehrschluss bei unseren 1.000 Euro? 1.000 Euro mal 0,015%, also 1,5%. Und das wären dann diese 15 Euro hier. Genau, also würdet ihr sehen, wenn ihr 1.000 Euro als Sparplan machen würdet, wärst du billiger, wenn du einen Einzelkauf machen würdest, denn der würde dich 9,90 Euro kosten. Diese Kalkulation muss sich natürlich jeder selbst machen. Das ist auch wichtig zu wissen, dass man seine Kosten kennt. Ihr wisst, das predige ich immer, dass das ganz wichtig ist, dass man seine Kosten kennt. Genau, und das sind hier auch schon die wichtigsten Sachen. Wie funktioniert die Eröffnung? Ihr klickt hier einfach auf Jetzt Depot eröffnen, dann werdet ihr weitergeführt, müsst eure Daten eingeben, Fototan-Verfahren oder eben steht das auch schon Video-Ident. Und man kann natürlich auch das alles ohne Postweg oder e-Ident und somit habt ihr das Depot auch schnell offen. Und ihr seht hier 24 Stunden am Tag, das heißt, ihr könnt das jederzeit eröffnen. Ja, jetzt haben wir ein wenig über das Depot gesprochen, was ist hier natürlich für uns jetzt interessant und wichtig zu wissen. Ja, welche Aktien gibt es überhaupt, welche ETFs gibt es und so weiter. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Bevor wir uns das ansehen, natürlich ganz, ganz kurz hier, wenn ihr hier auf den Bereich Wertpapierhandel geht, dann seht ihr auch, was es alles gibt. Es gibt Aktien, Anleihen, CFDs, ETFs natürlich. Also ich werde heute nur auf ETFs und Aktien eingehen. Dann gibt es natürlich auch Fonds, Optionsscheine, Zertifikate und so weiter. Also auch wenn du ein Trader bist oder andere Sachen machen willst, ist das hier bei der Comdirect sicher auch interessant. Ich kann dir dazu auch gar nichts sagen, weil ich das selbst nicht mache. Also ich gehe nur darauf ein, was ich auch mache. Was noch für uns wichtig ist, welche Handelsplattformen gibt es? Wir haben hier natürlich die App und es gibt alle möglichen Handelsplattformen, die man sich vorstellen kann, zwischen Xetra und so weiter. Die ganzen Plattformen sind hier möglich. Das zeige ich euch nachher, wenn ich euch die Aktien zeige. Auf das kostenlose Girokonto möchte ich hier nicht eingehen. Es ist sehr, sehr praktisch. Ich nutze es auch. Ich nutze es aber auch eigentlich nur als Verrechnungskonto, wobei ich ab und zu mal Geld auch irgendwo anders hin transferiere. Ich habe mir auch die Kreditkarte geholt. Als Sicherheit, wenn ich dann Ende des Jahres anfange, mehr zu verreisen, dann nehme ich die gerne mit. Denn die hat sehr gute Konditionen, vor allem was EU-Ausland betrifft. Also nicht EU-Inland, da ist die gar nicht so günstig. Aber alles, was eben dieses kostenlose Bargeldabheben weltweit und so weiter betrifft, Das könnt ihr euch natürlich auch dann hier selbst ansehen. Es empfiehlt sich vielleicht, wenn du wirklich ein Konto eröffnest, dir das Girokonto dazuzunehmen. Aber das ist natürlich wieder Geschmackssache und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, genau. Ich zeige euch jetzt nochmal hier meine Sparpläne, die ich hier verfolge. Und zwar klicken wir hier rein und ihr seht hier, ich habe meine Sparpläne, die habe ich euch natürlich auch am Anfang gezeigt. Und jetzt hier gehen wir mal auf eine, schauen wir uns mal den Spider Global Dividend Aristocrat an. Und dann seht ihr hier schön, wo der überall handelbar ist. Und das finde ich ist natürlich hier eine tolle Sache von der Comdirect, dass die wirklich bei, ihr seht, diese ganzen Handelsplätze sind möglich auswählbar. Auch die aktuellen Kurse kann man da ansehen und bei Einzelkäufen kann man die auch hier auswählen. Ihr seht hier gleich die ganzen Daten, die Ratings und so weiter. Wenn man reinklickt, natürlich gibt es noch eine ordentliche Aktiensuche. Ihr könnt hier nach WKN, E-Sinn und Namen suchen. Es gibt auch eine Volltextsuche, wenn ihr einfach zum Beispiel jetzt hier Nike eingebt, dann findet ihr die Aktie auch hier. Genau. Das sind meine Sparpläne, die ich hier habe und die ich aktuell verfolge. Das sind 20 am Stück und das hat einen Gesamtwert, wenn wir hier nochmal auf den Werkpapiersparplan gehen, von, ja, 600, ja, fast 700 Euro, die ich hier, ein bisschen mehr über 700 Euro, die ich hier über Sparpläne monatlich investiere bei der Comdirect. Genau. Und die anderen Sachen, die ich bespare, beziehungsweise Einzelkäufe, mache ich mittlerweile vorwiegend bei der Consource Bank, da dort einfach die Einzelkäufe billiger sind. Genau. Was wollte ich euch noch hier zeigen? Es gibt noch eine Sache, die hier ganz wichtig ist und zwar, wenn wir hier auf Informer klicken und ihr seht hier schön, genau, hier kann man alles Mögliche anschauen, Top- und Flop-Aktien, Kundenfavoriten, Fonds und so weiter und so weiter. Also da könnt ihr euch mal durchschauen. Was für mich natürlich interessant ist und für mich als Sparplan-Investor natürlich interessant ist, ist hier der Aktienfinder und bei ETFs der ETFsfinder. Und zwar könnt ihr, klicken wir jetzt mal auf den Aktienfinder und wählen jetzt einfach mal, ihr seht, dass 14.000 mögliche Aktien hier gekauft werden können bei der Comdirect. Wir klicken jetzt aber mal auf Sparplan und ihr seht, dass 276 Aktien sparplanfähig sind. Und das, finde ich, ist eine enorme Menge, denn Aktien als Sparpläne anzubieten, ist gar nicht so einfach für die Banken, denn die müssen die ja selbst hinterlegen und geben dir dann einen Teil davon ab. Und deshalb finde ich, das ist schon eine tolle Leistung hier und natürlich kann man sich auch hier dann durchklicken und alles ansehen. Darauf gehe ich auch nicht weiter an, das könnt ihr euch für euch selbst machen. Dasselbe schauen wir uns jetzt beim ETF-Finder an. Also man kann hier alles Mögliche ansehen und auch auswählen, Typ Strategie, Dividenden und so weiter. Also klickt euch hier ruhig mal durch und nehmt euch mal ein wenig Zeit, hier das anzusehen. Aber was für uns interessant ist, es gibt 1.500 handelbare ETFs hier und aktuell stand heute 623 ETFs, die sparplanfähig sind. Und davon, und das ist immer das Coole hier bei der Comdirect, gibt es immer wieder hier diese Aktionen, die zumeist bedeuten, dass diese ETFs aktuell dann gratis besparbar sind. Und das, finde ich, ist auch eine tolle Leistung und kann man sich ruhig mal ansehen. Natürlich solltest du den ETF nicht auswählen, weil er aktuell gratis besparbar ist, sondern dass er zu deiner Anlagestrategie passt. Genau, somit haben wir uns diese Sachen hier angesehen. Das ist natürlich hier eine interessante Sache. Natürlich, wenn ihr Fonds, Optionsscheine, andere Sachen, könnt ihr auch hier alles euch ansehen. Was gibt es hier noch? Es gibt natürlich hier noch so eine Art, also es gibt zuerst mal ein Musterdepot. Das ist auch interessant, wenn du mal etwas testen möchtest und hier vielleicht mal reinklicken möchtest und sagen wir mal, du möchtest mit dem Investieren beginnen, legst dir mal ein Musterdepot an und schaust, wie sich dein Depot entwickelt. Oder du willst etwas Neues ausprobieren, kannst du das auch zuerst mal im Musterdepot machen und dann mit echtem Geld. Ist auch sehr, sehr praktisch. Und was hier noch ist, es gibt hier einen sogenannten Robo-Advisor. Das zeige ich euch gleich. Und das Ganze nennt sich hier ComInvest, ihre digitale Vermögensverwaltung. Und ja, das ist hier eine Sache, die bezahlt werden muss. Aber dieser Robo-Advisor, ich habe mich damit nicht befasst. Ich wollte es euch nur mal ganz kurz der Vollständigkeit halber zeigen. Hier kann man, ja, der empfiehlt dir, wie du deine Geldanlage machen sollst und so weiter. Robo-Advisor, könnt ihr mal im Internet nachsehen, was die machen. Auf alle Fälle bietet das die ComDirect an. Ja, kommen wir noch ganz kurz zum Fazit der ComDirect. Die ComDirect ist eine Online-Bank. Es ist eine reine digitale Bank. Man sagt auch Direktbank. Es gibt kein Filialnetzwerk und das solltest du halt vielleicht auch noch wissen. Es ist nicht die billigste Bank. Es ist aber aus meiner Sicht eine der Banken, die am längsten schon dabei ist oder länger schon als Direktbank und Depot geführt werden kann als viele andere Banken. Es ist kein Discount-Broker. Das heißt, du hast viele, viele Leistungen dabei, die du bei anderen natürlich nicht hast. Und dann ist es auch eine Geschmackssache. Ich empfehle sowieso vielleicht euch, dass ihr nicht ein einziges Depot habt im Sinne der Diversifikation. Ihr könnt auch mehrere haben bei verschiedenen Banken. Es gibt immer andere Angebote. Ich habe mich für die ComDirect und die Consorzbank entschieden. Ich bin mit beiden zufrieden. Beide haben gewisse Vorteile. Beide haben gewisse Nachteile. Vor allem, ich glaube, der Einzelhandel hier nach dem ersten Jahr ist relativ teuer bei der ComDirect. Ich finde, das ist aus meiner Sicht zu teuer. Bei der, da ist die Consorzbank besser. Dafür haben wir hier viel, viele, viele, viele ETFs, die wir besparen können. Viele, viele ETFs auch kostenlos. Es ist halt auch eine Geschmackssache. Hier habe ich das kostenlose Girokonto dabei plus die Kreditkarte, die weltweit gut funktioniert. Du musst halt wissen, was du gerne hättest. Schlussendlich kommt es nicht darauf an, welche Depotbank du wählst, sondern dass du beginnst mit dem Investieren. Du weißt, das ist immer meine Devise. Ich bin sehr zufrieden. Bin jetzt über zwei Jahre hier bei der ComDirect dabei. Kann nichts beklagen. Das Gute und was mir immer gut gefällt ist, ihr wisst, ich nutze ja Portfolio Performance als meine Plattform, wo ich alles einpflege. Das funktioniert mit der ComDirect sehr, sehr gut, aber auch mit der Consorzbank. Dort lädt man sich in seiner Postbox, die man hier findet, wenn man sie eingeloggt ist, einfach die Daten runter, lädt die bei Portfolio Performance ein. Und somit hat man auch schon alles praktisch zusammengefasst. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das werde ich euch auch hier verlinken. Und somit möchte ich auch mich bedanken für das Zusehen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Überblick gehen. Natürlich kann ich hier nicht ins Detail überall bei allem reingehen. Es geht hier mir auch nicht darum, dass dieses Video total vollständig ist, sondern dass ich dir einen kleinen Überblick und ein bisschen meine Erfahrung über die Consorzbank hier zeigen konnte. Und ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Das freut mich, freut den YouTube-Algorithmus, bringt unsere Videos nach oben. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, abonniere doch den Kanal, aktiviere das Glöckchen. Und somit wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Alles, alles Gute. Hau rein und Tschüss.